Wow, 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 hallo Kinder, schaut, ich habe eine Challenge für euch, wow, heute werden wir verstecken in verschiedenfarbigen Pappkartonschachteln spielen, ausgezeichnet, wow, jeder Spieler muss an dem Glücksrad drehen, um die jeweilige Farbe zu bestimmen, danach hat jeder 5 Minuten Zeit, seine Kiste zu finden und sich zu verstecken, wenn ich euch finde, müsst ihr meinem Team beitreten und mir helfen, die anderen Spieler zu finden, und kein Schummeln, ist alles klar? Ja! Hey! Wow! Rosa, grün, rot, Wanya-Manya-Kids! Ihr habt 5 Minuten Zeit, um eure Box zu finden und euch zu verstecken! Starten wir die Herausforderung! Fangen wir an! Los, los, los! Habt ihr euch wirklich versteckt? Ich werde sehr bald suchen kommen! Ich hab's! Ich hab's! Wow! Wow! Wahnsinn! Fantastisch! Versuchen wir es mit dieser hier. Zu klein. Das ist meine Größe. Oh ja. Steffi, ich sehe, du brauchst Hilfe. Ja. Ups. Oh nein. Oma, Oma. Manja, was ist passiert? Mein Maaf tut weh. Wir sollten zum Arzt gehen. Oh oh. Wow. Wow. Hallo, geht es dir nicht gut? Mein Bauch tut weh und ich habe einen Ausschlag im Gesicht. Oh nein. Ja. Ah. Ups. Aha, ich verstehe. Ich habe etwas für dich. Juppi. Yay. Das wird dir helfen. Wow. Es sieht so modern aus. Hallo, mein Name ist Robin und ich bin deine persönliche Gesundheitsassistentin. Warte einen Moment, ich scanne deinen Körper. Wow. 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 Warnung, 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 Warnung. Gut gesunde Lebensmittel entdeckt. Manja, du isst zu viel ungesundes Essen. Oh nein. Was soll ich tun? Äh. Ungesundes Essen kann nicht nur Fettlebigkeit, Haar- und Herzprobleme verursachen, sondern ist auch schlecht für die Haut. Du musst weniger ungesundes Essen und mehr gesunde Lebensmittel essen. Dann wird alles gut. Okay, ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Das ist für dich. Achte auf deine Gesundheit. Ich danke dir, Frau Doktor. Wow. Lecker. Oh ja, mein Lieblingsessen. Nein, ungesundes Essen ist eine schlechte Idee. Das ist schon besser. Das ist langweilig. Ich will Pommes. Ich habe eine Idee. Schau. Voila. Oh ja. Wow, köstlich. Hallo. Ich bin Robin, deine persönliche Gesundheitsassistentin. Ich scanne deinen Körper. Ich scanne deinen Körper. Ich scanne deinen Körper. Sie haben gute Ergebnisse. Gesundes Essen ist großartig und schmeckt so gut. Ich habe meine bessere Idee. Lass uns Smoothies machen. Ja. Yay. Zeit für einen Smoothie. Ja. Wow. Oh ja. Seid ihr bereit? Ja. Die Nähe ist einem Bananen-Smoothie. Klingt großartig. Aha. Banane. Erdbeere. Und Milch. Wow. Und Honig. Und Honig. Okay. Honig. Wow. Aha. Wow. Jetzt auf die Finger aufpassen. Oh ja. Der Smoothie ist fertig. Fantastisch. Lecker. Wow. Ich mache einen Kiwi-Smoothie. Okay. Kiwi. Ein kleines Stück Banane. Apfel. Okay. Wow. Und viel mehr. Aha. Und mixen. Lecker. Fantastisch. Los, los, los. Los, los, los. Da, Sarah, der Smoothie ist fertig. Das ist lecker. Ausgezeichnet. Ich mache einen Blaubeer-Smoothie. Blaubeer. Wow. Und Erdbeeren. Fantastisch. Und Milch. Und natürlich Mixen. Yay. Wow. Lila Farbe. Wow. Los, los, los. Los, los, los. Alex, dein Smoothie ist fertig. Wow. Lecker. Hey, Fadi. Okay, ja. Aber was ist mit Karotten? Kann man aus ihnen einen Smoothie machen? Klar. Der gesündeste. Ah. Karotten, Äpfel und Wasser. Wichsen. Ausgezeichnet. Lecker. Lecker. Bitteschön. Bitteschön. Womit soll ich anfangen? Vielleicht mit beiden? Los, los, los! Mein Zahn tut weh. Vania, bist du okay? Oh nein, wir sollten zum Zahnarzt gehen. Hallo, was ist los? Mein Zahn begann zum Schmerz, da sie Süßigkeiten aß. Oh nein! Lass mich einen Blick darauf werfen. Öffne den Mund. Alles klar, du hast Karies. Oh nein, was soll ich jetzt tun? Wenn man zu viel Zucker isst, zerstört das die Zähne. Aus diesem Grund solltest du nur sehr wenig davon essen. Aber ich mag Süßigkeiten. Oh nein! Wenn du etwas Süßes willst, ist es besser, Honig zu essen. Es ist ein guter Ersatz, da es reich an Vitaminen ist. Okay. Du musst auch deine Zähne gründlich putzen. Mindestens zweimal am Tag. Und eine davon ist für dich. Wähle eine aus, die dir gefällt. Diese hier. Vielen Dank, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Ich will sie so sehr, aber es ist eine schlechte Idee. Weil ich etwas Süßes will. Aber Zucker ist schlecht für meine Zähne. Was ist los, Bruder? Versuch das. Fantastisch. Wow. 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 Oh, ja. Oh, ja. in mir. So viel Teegesänder. Wow. Oh no. Ups. Meine Augen. Was ist denn los? Hey, Steffi, was ist los? Oh nein. Oh nein, lass uns zum Arzt gehen. Wow, bitte komm herein. Hallo. Hallo. Was ist los? Meine Augen tun weh. Okay, schau mal her. Ups. Niemals. Ich kann nicht gut sehen. Deine Augenprobleme werden durch übermäßige Zeit am Bildschirm verursacht. Oh no. Du solltest einen Wecker verwenden, um das Tablett nicht zu lange zu benutzen. Und mach Augenübungen. Oh ja. Ich werde das Tablett nicht mehr allzu lange benutzen. Auf Wiedersehen. Ich werde 30 Minuten lang spielen. Fantastisch. Hooray. Und dann ruhe ich sie aus. Ausgezeichnet. Wow. Fantastisch. 30 Minuten sind vergangen. Oh ja. Meine Augen brauchen etwas Ruhe. Ich glaube, ich bin krank geworden. Oma, du hustest ja. Ich weiß, was du tun hast. Warte einen Moment. Aufgezeichnet. Ich habe heute vertreten für meine Oma. Aha. Wow. Konnig, das reicht an Vitaminen. Es geht mit den höchsten Bildern. Wow. Ausgezeichnet. Bitte sehr. Ich danke dir. Ich fühle mich schon viel besser. Passt auf eure Gesundheit auf.